Musik Leute, es ist wieder vier beliebigen Wochentag einfügen. Und ihr habt es gerade mitbekommen, ich habe seit Jahren endlich nochmal ein Product Placement auf meinem Kanal. Yes! Yes! Gut, in dem Zimmer kann man kein Ruhm-Tor vollführen, deshalb würde ich sagen, gehen wir jetzt mal in mein Zimmer. Denn die lieben Leute von Ebay haben mich gefragt, hey Rewi, jetzt bevor du aus dem Ufo ausziehst, gebt den Leuten nochmal ganz kurz ein Update, was ist eigentlich in deinem Zimmer drin. Ich war gerade in meinem Zimmer drin und muss sagen, der Großteil meines Zimmers bestand aus Müll und unrufbaren Sachen. Jedenfalls hat Ebay mich gefragt, meine Freunde, ob ich Lust hätte, eine kleine Roomtour zu machen und den Leuten quasi zu zeigen, was hier alles in diesem Zimmer drin ist, wie ich meine Videos produziere, mit was wir Musik machen, pipapu, all das. Wenn ihr jetzt Bock habt, meine Freunde, könnt ihr in die Videobeschreibung gucken, da sind alle Produkte von Ebay quasi auf einer wunderschönen Liste für euch verlinkt und ihr könnt euch gerne mal da umschauen. Ein bisschen rumstürmern, vielleicht findet ihr auch was für euer Eigenheim, euer privates Studio oder sonst was. Bevor ich eigentlich jetzt anfange, möchte ich ganz kurz diese Pflanzen hier loswerden, denn ich beginne direkt mit diesem ersten Gut. Hena hat mir damals gesagt, du, jetzt wo ich aus dem Ufo raus bin, kümmere dich doch bitte um meine Pflanzen, es hat wunderbar geklappt und ich würde sagen, wir bringen die jetzt direkt wieder dahin, wo sie hingehören, nämlich in das letzte Zimmer im Ufo, wo tatsächlich nur der Tod vorhängt, nämlich bei Felix, wir bringen das Ganze hier drüber. Also wie gesagt, nochmal ganz kurz an dich, Felix, wir nutzen dein Zimmer gerade nicht als Müllablageraum und das von Plantlupen sowieso nicht. Äh, ihr seid immer noch herzlich willkommen hier im Ufo. Gut, ich würde sagen, wir beginnen direkt hier, meine Freunde. Ich habe hier einen wunderschönen Playbutton, den könnt ihr wahrscheinlich auf Ebay nicht. Kann man den kaufen? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht kann man sogar einen Playbutton kaufen, weiß ich nicht. Schaut gerne mal nach. Dann haben wir hier ein wunderschönes Porträt von dem Freddy Sturmwaffe. Ähm, eine Sache, wo ich sagen muss, da bin ich immer noch unglaublich undankbar für tatsächlich. Die hat er echt richtig sch*** gemacht und die sieht wirklich extrem bekackt aus. Mein Bild auf jeden Fall ist da deutlich besser, da könnt ihr hier oben gerne mal rechts draufklicken, das sieht auf jeden Fall deutlich besser aus. Dann haben wir oben richtig sexy, das ist eigentlich, ah, es funktioniert so geil. Ihr seht es hier, wir haben ein wunderschönes Neonschild, meine Freunde, von Revenzeit. Wenn man da so drüber fasst, dann merkt man schon die Elektrizität, wie sie durch die Raden fließt, das ist sehr schön. Dann kommen wir zu meinem Schrank. Hier ist ein Tresor drin, den ich selber nicht mehr aufbekomme. Ich habe da mal irgendwas reingetan vor Jahren, aber ich weiß ja nicht, was da drin ist und ich weiß, vielleicht brechen wir einfach die Tage mal in Tresor auf. Ja, dann ist hier noch so ein bisschen Haarpflegeprodukte, keine Ahnung, man muss ja immer fresh aussehen, ihr kennt das. Dann ist hier noch ein Bild aus meiner alten, vergangenen Zeit, meine Freunde. Ist das nicht wunderschön, das ist zum Kotzen. Dann habe ich hier Schuhe, ein bisschen Merchandise. Das hier ist mein Trend-Content-Schrank, da habe ich noch Schleim und große Bälle und Knete und Kegel und sowas drin. Und, glaube ich, eine Konfettikaronne, funktioniert die? Ja, nice, das kann Thomas dann später wieder sauber machen an der Stelle, das ist perfekt dafür. Hier habe ich noch so ein bisschen Equipment, ich habe sogar schon so ein paar Sachen zusammengepackt für den Umzug ins neue Büro. Dann haben wir hier meine Freunde Donald Trump. Ich glaube sogar, dass es einen Donald Trump Papstelle auch in der Videobeschreibung gibt, also schaut da einfach mal gerne rein. Dann kommen wir hier zur wunderbaren Backroom-Casting-Couch, die ist noch aus der YouTube-Hauszeit von Paluten und mir. Und das ist eine Schlafcouch, meine Freunde, und ihr wollt wirklich nicht wissen, wer und was darauf geschlafen hat und was darauf geschehen ist. Ich will es selber nicht wissen. Ja, da wolltest du mir gerade so schenken. Deshalb kriegt Thomas nämlich die Couch, wenn er dann um... Die musst du einfach nur ein bisschen mit Hochdruckreiniger sauber machen, dann passt das schon. Auf jeden Fall ganz schön. Hier im Hintergrund, meine Freunde, habe ich auch mal was gebaut, gebastelt. Das erste Mal, dass ich selber versucht habe, was zu basteln und ich bin tatsächlich halbwegs stolz drauf. Ist jetzt nicht ganz fertig, wird auf jeden Fall im neuen Raum definitiv nochmal überarbeitet werden von mir. Da wird das wahrscheinlich nochmal richtig machen und mir da ein bisschen mehr Zeit für nehmen. Generell für das neue Büro, Leute. Ich habe so geisteskrank viele Pläne, es wird unglaublich viel mehr passieren. Wir werden richtig, richtig viel geilen Shit installieren und ich habe richtig, richtig geilen Planen für den Raum. Wenn ihr auf jeden Fall mehr drüber sehen wollt, dann lasst euch mal gerne einen Daumen nach oben. Hier war noch eine GoPro-Geschichte und sowas dran. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Thomas, wo sind die? Super, danke dafür an der Stelle. Kommen wir zu unserer geilen Not-so-cool-Ecke, meine Freunde. Das ist unsere Not-so-cool-Ecke, meine Freunde. Hier machen wir quasi Musik, bereiten uns noch unser Set vor. Viele Leute haben mich immer gefragt, ey, Revi, mit was machst du das? Eigentlich und viele werden mich jetzt wahrscheinlich auch steinigen. Ich habe keinen Zartrufer. Ich habe diese Yamaha 7-Zoll-Boxen, meine Freunde, die auch hier nochmal jeweils zweimal vorhanden sind für mein Audio-Interface vom PC. Zwei XDJs 1000, einen DJM850 Pioneer-Mixer, 4-Kanal-Mixer mit Effekt-Gerät und allem drum und dran. Hier oben ist noch ein Laptop-Stativ, falls wir mal mit dem Laptop auflegen, machen wir relativ selten. Wir nehmen eigentlich immer die zwei Player. Hier fehlt mir gerade das Kabel dafür, deshalb ist der nicht an. Kann ich aber eigentlich immer so gut am Weg geben. Die Dinger sind eigentlich ganz echt ganz nice. Sind zwar ein bisschen teurer, aber wenn man sich daran gewöhnt, kann man eigentlich in jeden Club reingehen mit seinem USB-Stick und kennt sich mit der Technik aus. Ist ganz schön. Generell wird im neuen Büro eine riesige Musik-Ecke entstehen, da sieht das Ganze nochmal anders aus. Ich denke mal, ich werde mir auch die Nexus 2000 dann holen. Unter uns gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass die ziemlich teuer sind und ich am liebsten hiermit auflegen würde und zwar mit einem Timecode-System. Wir fahren mit diesen wunderschönen Reloop-Plattenspielern. Das sind ganz normale Plattenspieler, wo man auch Schallplatten mithören könnte. Mich haben auch mehr Leute immer wieder gefragt, Revi, was sind das eigentlich für Kopfhörer? Aber ich habe Audio-Technica ATH-M50X. Die sind ganz gut. Eigentlich sind das Studiokopfhörer. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich nutze die jetzt auch momentan zum Auflegen. Das Blöde ist halt, dass man die hier nicht so, nach die hier kann man nicht wegklappen, meinerseits. Das ist ein bisschen schade. Die sind aber zum Zocken und Produzieren ganz gut, weil die Dinger einfach einen extrem geilen Bassbereich haben und sehr, sehr tiefe Bässe mitnehmen können und man gefühlt alles damit auf der Map auch hört, wenn man zockt. Also auf jeden Fall ganz geile Dinger. Zum Auflegen, Produzieren, ganz gute Arounder-Kopfhörer. Man nehme dich auch gerne mit dem Flugzeug zur Musikhörer, die regeln zwar nicht komplett ab. Machen aber auf jeden Fall schon ordentlich dicht und ich muss mir die ganze Scheiße, die Thomas hier jeden Tag verzapft, nicht mehr anhören. Super. Dann haben wir hier vorne einen wunderschönen Pappaussteller von Propa. Ich weiß nicht, ob es den noch immer zu kaufen geht. Auf jeden Fall Props an ihn, dass er mir den hier vorbeigebracht hat. Es ist immer schön gewesen, jetzt in letzter Zeit, wo Thomas im Urlaub war und ich wieder alleine hier im Zimmer saß. Wir beiden haben uns echt lange unterhalten. Viele würden mir jetzt da vielleicht eine Geisteskrankheit in den Schoß legen. Ich würde sagen, es ist einfach wichtig, dass man Leute hat, mit denen man sich unterhalten kann. Und ganz oft findet man mich dann natürlich auch hier in der Ecke stehend und ich unterhalte mich mit meinen vier besten Freunden. Baby Revi, Freddy, ja und Propa, der dann gerne mal über den Durst eintrinkt und am Boden liegt. Ich habe schon ein paar Sachen eingepackt, dementsprechend ist das gerade alles nicht angeschlossen. Hier haben wir nochmal den ersten, meinen Leuten, meinen 100.000-Subscriber-Button. Ja, so Nostalgie-Klick des Todes hier. Ich weiß nicht, ob man die kaufen kann. Ich glaube nicht, dass es sowas auf Ebay gibt. Vielleicht verkauft einer jemanden. Auf jeden Fall auch ganz schick. Den stelle ich mir eigentlich immer hier hin. Dann haben wir hier vorne einmal, meine Freunde, meine komplette Playstation und da vorne ist noch eine Playstation und eine Xbox. Hier haben wir nochmal den Nintendo Street. Das war alles mit meinem PC-Bildschirm verbunden. Auf dem Bildschirm konnte man dann quasi alles an Konsolen und so weiter spielen. Da war auch noch eine Elgato, die habe ich auch schon wieder eingepackt. Das ist alles schon quasi ready für Umzug. Ich habe da nur eine GoPro liegen. Ihr seht, Leute, die Controller sind alle ein bisschen verstaubt. Da habe ich jetzt das Längere nicht mehr an der Konsole gespielt. Ich meinte, Fortnite auf PC. PC Master Race, oder Leute? Eine GoPro liegt hier auch noch. Da fehlt mir noch eine neue Klappe. Die habe ich mir bei sogar übrigens auch auf Ebay bestellt. Für die Krypto-Nauts unter euch, weil mich das auch mal jemand gefragt hat. Ich glaube, die Leute wissen, was es ist. Das ist ein All-It, ein elektronisches. Da kann man seine Tokens und seine kompletten Kryptowährungen drauf speichern. Falls das hier irgendwen interessieren sollte. Nö. Hier vorne in der Elgato-Steine, Freunde, steht ein wunderschöner Drucker von HP. Den ich tatsächlich seit sechs Monaten nicht mehr benutze, weil ständig die Lina eine Patrone leer ist. Und ich dem Drucker, glaube ich, schon sechs oder sieben Mal ins Gesicht getreten habe an der Stelle. Echt nice, dass die Patrone immer wieder leer ist. Das ist ein bisschen schade. Dementsprechend gehen wir ganz oft in den Copyshop. Und, äh, Copyshop, nicht Copyshop, Thomas, ja? Und drucken dann da. Hier, meine Freunde, da habe ich eine wunderschöne Makro-Tastatur von Razer, die ganz cool ist. Da habe ich früher meinen Soundboard drüber gesteuert. Die ist gerade nicht wirklich belegt mit irgendwelchen Dingen. Werde ich aber wahrscheinlich wieder für meinen Soundboard im Teamspeak und sowas nutzen. Hier haben wir zwei Streamdecks. Einmal eine große Elgato-Streamdeck. Das sind ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn Tasten. Und hier noch einmal ein Streamdeck-Mini, ganz neu rausgekommen mit sechs Tasten. Ist ganz nice. Ich habe nämlich hier meine verschiedenen Szenen drin. Ihr seht gerade, ich bin gerade ein bisschen am Aufräumen. Hier sind noch alte Sachen drin. Meine ganzen Soundboard-Geschichten. Day-Night von Tanzverbot ist hier drauf. Meine ganzen verschiedensten Szenen. Das sind meine CS-GO-Szene, meine Papstisch-Szene, meine Minecraft-Szene. Muss ich alles eigentlich nochmal überarbeiten. Wird da beim neuen Büro alles definitiv kommen. Hier untersteht mein wunderbarer Rechner von XMG, meine Freunde. Auf jeden Fall ein kleines Biest. Ich will jetzt gar nicht großartig über meinen Rechner reden, denn ich kriege eh einen neuen. Und das wird dann quasi mein zweiter Rechner, beziehungsweise den werde ich mir ein bisschen umbauen zum Render- und Spielrechner- und Musikproduktionsrechner. Dann kommen wir jetzt zu meinem R&D Fireface. Das ist mein Audio-Interface. Und jetzt werden wahrscheinlich wieder sehr viele Leute in den Kommentaren komplett apeshit-crazy gehen. Aber ich sehe schon, dass Tugo von meiner Haustür steht und mich mit Eiern und Ambussen bewerft. Ich habe momentan keine Preamp, keinen Kompressor und kein Gate. Das heißt, ich habe momentan nur mein Audio-Interface und mein übersteuertes Mikrofon. Ich habe viele Sachen ausprobiert mit Digital-Plugins, mit dem R&D Fireface. Und hat auch mal ein Babyface-Pro. Ich muss ganz ehrlich sagen, meine Freunde, digitale Plugins, sowas wie ein Gate oder ein Kompressor, funktioniert in meinen Augen zumindest für Streaming und Aufnehmen nicht so geil. Da kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen, kaufe euch irgendwas Analoges. Ich hatte auch hier mal ein analoges Ding stehen. Das habe ich allerdings auch gerade nicht in der Benutzung, weil das irgendwie ziemlich gerauscht hat bei den Kopfhörern. Dementsprechend momentan nur dieses Audio-Interface und mein Mikrofon. Das Mikrofon ist ein Shure SM7B. Das kostet, glaube ich, um die 300 Euro. Ist eigentlich ein Gesangsmikrofon und ein Podcast-Mikrofon. Ist eigentlich ein ganz gutes Mikrofon, wenn man dazu die richtige Hardware hat, die ich aber noch nicht habe. Die kommt allerdings an einem neuen Büro dazu. Dann haben wir hier eine Phanatic Gear-Tastatur. Ich weiß gar nicht, warum ich die habe. Ich habe mich einfach daran gewöhnt. Ist eine sehr geile Makro-Tastatur. Man kann ja noch verschiedene Makros drauf nehmen. Das habe ich aber gar nicht gemacht. Ist eine Gesangsmikro-Tastatur. Geht auf jeden Fall ganz gut rein. Dann habe ich mir hier noch ein Phanatic Gear-Mauspad, meine Freunde. Das ist auf jeden Fall in meinen Augen immer noch zu klein. Ich möchte am liebsten ein Mauspad haben, was so groß ist wie der ganze Tisch, weil ich neige dazu, gern mit der Maus von hier nach da zu fahren. Hier habe ich nochmal eine Cone Amo, meine Freunde. Das ist eine wunderschöne Lockenmaus, die eigentlich fürs Zocken bis jetzt sich echt sehr gut bewertet hat. Hat auch hier wieder verschiedene Makros-Tasten. Ich sehe auch hier die Glitz hat auch und glänzt. Und hat hier ganz tolle, ganz tolle Modi, mit der ich umstellen kann. Ist auf jeden Fall ganz nett. Kann man ganz gut machen. Dann habe ich hier noch drei BenQ-Monitore. Das ist, glaube ich, 27 Zoll. Ich weiß gar nicht genau, wie die genaue Bezeichnung davon ist. Dann haben wir hier, meine Freunde, eine Canon 70D, die momentan als meine Facecam fungiert. Ich hatte da lange Zeit einen Elgato-Cam-Link angeschlossen. Das habe ich aber auch schon wieder weggepackt, weil ich, wie gesagt, gerade schon dabei bin, so ein paar Sachen zusammenzuräumen. Momentan deshalb das Ding mit einer Speicherkarte einfach betrieben. Mit einem 17-85mm Objektiv. Ganz nett auf jeden Fall. Ist, glaube ich, das Optimalste. Hier ist ein Allrounder-Foto- und Video-Objektiv. Kann man ganz gut nutzen. Macht auf jeden Fall eine Menge Spaß zu schneiden, oder Thomas? Nö. Super. Perfekt. Kommen wir jetzt direkt zu diesen wunderschönen Lampen hier. Da haben mich sehr viele Leute auch schon gefragt. Und das sind Duanguan Lux-Pad 43. Die sind ganz nice. Also wir haben hier einmal warme Farben und einmal Kaltlicht und einmal halt eher so ein bisschen Tageslicht. Ist ganz nice, gerade für die Greenscreen-Geschichte. Die Dinger machen auf jeden Fall ein schönes, natürliches Licht. Und ich sehe gerade, wie geil das in der Spiegel im Tag aussieht. Guck mal da vorne, Digga. Siehst du, wie mein Name da einfach schwebt, Alter? Ist ja mal saulit. Genau, das Ding steht auf der anderen Seite auch nochmal. Die schiebe ich immer gerne mal hin und her und nutze die auch zum Drehen nebenan. So viel dazu. Das Ding hat mir jetzt schon mehrfach in den Sommer gerechnet. Das ist einfach eine Klimaanlage. Ich hasse es eigentlich so ein Ding, sich zu holen, weil es ist einfach extremer Stromfresser. Aber glaubt mir wirklich und glaubt noch, Thomas, Leute. Wenn hier die Sonne reinscheint, das sind wirklich 40 Grad in diesem Zimmer. Das ist kein Witz. Hier geht die Sonne einmal so rum und knallt direkt in mein Gehirn rein. Und ich verbrutze quasi von innen. Wird noch dümmer, als ich eh schon bin. So viel dazu. Dementsprechend auf jeden Fall diese Klimaanlage ein Muss gewesen. Wir haben hier nochmal, wie gesagt, eine Xbox 360 auch nicht angeschlossen. Eine Playstation auch nicht angeschlossen. Und meinen Rasierer, falls ich mal wieder ein paar Leute in den Fortnite rasieren muss. Das ist ganz geil. Dann haben wir hier einen zertretenen Mülleimer, weil Thomas beim Fortnite spielen ausgerastet ist. Ich habe damit nichts zu tun an der Stelle, Thomas. Hier ist meine Kostümkiste. Da sind alle meine wunderbaren Kostüme drin. Hier vielleicht ganz kurz zusammenstellen mit meiner besten Kostüme. Ihr habt es gesehen, absolut unangenehm. Dann haben wir hier noch einmal zwei alliante Greenspires, die man einfach so hochziehen kann. Und da kann man geile Sachen vor dem Greenspire machen. Und wenn Thomas jetzt krass wäre und die beleuchtung richtig wäre, könnte man mich irgendwo reinkehnen. Aber ich glaube nicht, dass das funktioniert hat, oder? Sock, sock. Geil. So viel für diese wunderschönen Greenspires, meine Freunde. Aua, ich habe die Finger geklemmt. Hier, Leute, sitzt der liebe Thomas. Und Thomas hat auch nochmal zwei wunderschöne Bildschirme. Einen von Acer, einen von AP, eine Rocket-Scalder-Tastatur und auch eine Rocket-Cone-Amo. Genau. Dann ist ganz wichtig hier, Leute, unser Whiteboard, was wir schon länger nicht mehr benutzt haben. Wir seht hier gerade noch die letzten Reste von unserer... Äh. Sag jetzt nicht, dass du schon wieder mit... Digga, du hast wieder mit CD-Markern da drauf gemalt. Die sehen alle gleich aus. Digga, du... Mann, das können wir jetzt wegwerfen, du Volltonnen. Das ist zwei Monate, Alter. Das kriegen wir nie mal herunter. Rückstandslos, wie man sehen kann. Entfernt auf jeden Fall an der Stelle. Ja, wenn man das dann eigentlich mit dem richtigen Zeug macht, würde das einfach so weggehen. Unser Whiteboard, wo wir, wie gesagt, hier die verschiedenen Shots für Yanni und Lowell, für unsere Musikgeschichte von Not So Cool durchgegangen haben und quasi so ein bisschen Sachen immer wieder für den Dreh planen. Da stehen eigentlich noch Agenda-Punkte drauf, die gerne von der Putzrau wieder weggewischt werden. Dementsprechend machen wir das alles jetzt digital. Hier steht, ist der Wasserlöslicht? Keine Ahnung. Wirklich nicht. Ähm. An der Stelle dann... Danke an die Sch***-Person, die das da hingeschrieben hat. Danke an dich. Ich nehme an, es war Dena. Keine Ahnung. Oder Sturmwaffe. Leute, das Bild von Dena hier ist auf jeden Fall das wichtigste Bild, denn wir erinnern uns jeden Tag daran, Leute, dass wir unbedingt so sein wollen wie er. Dementsprechend auf jeden Fall hier unsere Daily Motivation. Ganz viele schöne Bilder haben mit Bildern von mir und Donald Trump. Ihr habt das Video vielleicht gesehen, das gibt es hier oben nochmal verlinkt, Leute. Ganz, ganz wichtig auf jeden Fall, Thomas schöpft auf jeden Fall sämtliche Energie aus diesen Bildern, oder? Ja, genau, das ist nicht die Videos so gut. Also... Genau, nicht wegen mir, sondern wegen dem Schnitt. Absolut richtig. Wir freuen uns hier auf jeden Fall einen Wasserspender und einen Eierwock und einen Kleiderständer und einen Longboard, meine Freunde. Eine wunderschöne Lampe. Und dann kommen wir auch schon wieder an der Tür an. Und wir sind quasi jetzt einmal durch mein wunderschönes Büro gelaufen. Jetzt ist, glaube ich, an der Zeit, meine Freunde, zu sagen, danke auf jeden Fall Ebay für diese wunderbare Möglichkeit, meine Sachen den Leuten so cool vorzustellen können. Und ich hoffe mal, es hat euch gefallen, dass ich euch mal ein kleines Update gegeben habe, was hier überhaupt abgeht, mit was ich meine Musik mache und so weiter und so fort. Und ja, Leute, ich freue mich auf jeden Fall auf das neue Büro. Ich habe extrem Bock drauf. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich lasse auf jeden Fall einen Daumen hoch nach oben da. Schaut in der Videobeschreibung vorbei. Ich küsse eure Augen. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao, schuuu. Ah, Leute, Mensch, ich bin ja hier schon am Aufräumen in der Endcard, Alter. Bevor ich es vergesse, es gibt noch ein kleines Gewinnspiel. Das startet jetzt am 21. August und ihr könnt euch eins dieser wunderschönen Produkte aussuchen. Schreibt mir bitte unbedingt in die Kommentare, warum gerade ihr dieses Produkt haben möchtet. Ihr könnt das auch gerne bei dem Facebook-Post tun, den ich gemacht habe. Da könnt ihr nämlich auch mal drunter kommentieren. Vielleicht dauert das ja eure Gewinnchancen. Und ich antworte euch dann über die Kommentarfunktion hier oder bei Facebook bis zum 28. August. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Noch mal ein richtig dickes Dankeschön an Ebay und ich muss jetzt hier weiter sauber machen. Also, auf Wiedersehen. Macht's gut. Ciao. Ciao.